Eine Frau sitzt am Meer. Sie malt. Eine Melodie kommt ihr in den Sinn. Indem sie sie zu summen beginnt, bemerkt sie, dass die Melodie genau zu dem, was sie malt, passt. Die Opere ist nicht über die Leben von Charlotte Salomon, sondern über ihre Arbeit. Sie machte eine Art Art, das ist ein Theater, das ist eine Autobiografie, das ist Musik, das ist ein Bild. Es ist eine Art Art, eine Art Art und eine Menschheit, und das ist das, was ich für die Opere benutze. Musik Ja, natürlich, ich bin sehr froh. Ich bin nervös, aber es geht auch, weil wir müssen sich ständig im Reheer, wir versuchen, ein bisschen zu ständig zu sein, aber ich bin sehr froh. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020